So meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir sind mittlerweile im Alchemiller Hospital und haben Schüsse gehört. Und ja Leute, wir werden der Sache natürlich auf den Grund gehen. Ist ja klar. Es wird spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind in der Stadt auf vacation. Dank Gott, ein anderer Mensch. Du arbeitest hier? Ich bin Dr. Michael Kaufmann. Ich arbeite in diesem Hospital. So vielleicht kannst du mir erzählen, was passiert? Ich wirklich kann nicht sagen. Ich war ein Knapp in der Staffelung. Wenn ich aufgewachsen bin, war es so. Ich glaube, es ist so. Jeder scheint, dass sie sich auszuprobieren. Und es ist auszuprobiert. Dieses Zeitpunkt des Jahres. Es hat etwas wirklich falsch gemacht. Hast du die Monster gesehen? Hast du schon solche Aberrationen gesehen? Jep. Jeden Tag. Hast du sogar gehört von solchen Dingen? Sie und ich beide wissen, dass solche Fähigkeiten nicht existieren. Ja. Hast du eine kleine Mädchen irgendwo gesehen? Ich schaue meine Frau. Sie ist nur sieben. Kleine, blöcke. Sie ist weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber mit all diesen Monsteren, ich schaue mich sehr, dass sie... Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beschweren. Deine Frau, sie ist hier mit dir? Sie hat vier Jahre vor. Jetzt ist es nur ich und meine Frau. Entschuldigung. Entschuldigung. Na ja, ich würde lieber gehen. Ich kann nicht nur hier sitzen und nichts machen. So lange. Gute Glück da draußen. Mhm. Tja. Wo ist es? Sorry. Was haben wir hier? Nichts nützliches. Ach, wieder so ein Fluttervieh, hm? Ja, die hasse ich selber wie die Pest, ey. Diese Drecksvieh. So, wo geht es denn hier lang? Eine Karte wäre cool. Das ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Oh Mann, ey. Wieso habe ich denn keine Karte, Junge? Ich brauche keine... Oh Mann, ey. Wieso habe ich denn keine Karte, Junge? Ich brauche keine... Karte vom Untergeschoss des Krankenhauses. Nur vom Untergeschoss? Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, da ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Kellerschlüssel. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe keine Landkarte von diesem Ort? Hast du gerade eine Karte eingesammelt, oder nicht? Wir gehen mal kurz zurück. Wir hatten nämlich da noch eine Tür. Vielleicht finden wir ja da eine Karte. Ja, wir sind ja nicht im Obergeschoss, Junge. So, hier war noch eine Tür. Mal kurz was gucken. Aktion. Background Music, Wodo. Machen wir mal ein bisschen höher. So. Ach, hier sind wir jetzt okay. Ah. Karte des Krankenhauses. Geil. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt gerade im Wartezimmer gewesen. Jetzt sind wir in der Rezeption. Dann gehen wir im Office. Eingang. Okay, dann gehen wir mal schauen, würde ich sagen. Hier nochmal kurz speichern. Bei dem ganzen Scheiß, den wir jetzt eingesammelt haben. Machen wir mal einen neuen Safe. Machen wir einen neuen Safe. Sicher ist sicher. Was klemmt. Okay. Was klemmt. denn jetzt hier schon alles. Da war zu. Da waren wir drin. Dann kommt jetzt. Die Küche. Warum ist hier eigentlich kein Monster. Bis jetzt. Ah, da ist ein Potion. Warte mal kurz. Zugkreiz. Warte mal. Der sieht so verdächtig aus, aber da ist nichts. Oh mein Gott. Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Bücher sind um den Tisch herum verstreut, sonst ist hier nichts besonderes. Hallo? Kellerschlüssel. Was klemmt. Fahrstuhl. Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Ja, dann geht es ja nur durch den Keller nur noch. Naja. Das wird ein Fest. Oh Mann. Ach, Cockroach ist wieder. Okay, noch sind wir gut dabei. Immer noch. Ja, Harry. Du musst halt auch schießen können, ne? Sonst bringt das nichts. Wie? Na, wenn ihr daes... accord? Na, das ist ein Fest. Wir sollen. Na, das ist ein Fest. Du musst, das ist eine Kunst. Lieber. Ok. Funktionieren. Ich glaube, hier links waren wir schon, ne? Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Da ruhen sie den Schalter, ja. Wow. Eigentlich können wir jetzt theoretisch einen Fahrstuhl nehmen, ne? Guck mal, jetzt geht das ganz normal von der Geschwindigkeit her. Das ist bestimmt, weil wir einen anderen Emulator haben, Leute. Guck, jetzt geht das ganz normal hier von der... Oh, nein. So, Basement. Gehen wir erstmal in Nummer 1, dann gehen wir nochmal speichern kurz. Obwohl, müssen wir das? Ne. Bin ich jetzt zu faul, da hinzurennen? Perfekt. Nummer 2. Nummer 3. Wow. Perfekt. Also Nummer 3. Also Nummer 3. Hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Gab es noch einen Aufzug? Hä? Wieso steht denn da jetzt 4? Hatten wir schon die ganze Zeit 4? Hatten wir schon die ganze Zeit 4? Wir hatten auch niemals 4. Oh oh. Oh nein, sind wir jetzt in der alternativen Realität wieder? Ach, nö. Ach, nö. Mindestens ist es nicht dunkel. Was? Ach, Junge. Warum ist denn hier alles zu immer? Ah, witzig. Ich habe keine Landkarte von diesem Wort. Perfekt. Braucht man ja auch nicht, ne? Warum steht da eine 4? Egal, scheiß drauf. Ich glaube, das wird sehr tödlich jetzt gleich für mich enden. Ich hoffe, du bleibst tot. Und Safe Room wäre jetzt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ach, jetzt habe ich auf einmal eine Landkarte wieder, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, im dritten Stock. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, keine Ahnung. Oh. Oh. Sexy. Oh. Okay, da ist schon mal Munition. Was ist das rechts? Blutkonserve. Hm. Wollte ich schon immer mal haben. Wollte ich schon immer mal haben. Oh. Ja. Schildkröten. Schildkrötenplatte. Wird wohl bestimmt irgendwann mal gebraucht. Arschloch. Wer war das? Wer will Stress? So, die haben wir alle jetzt. Jetzt kommt es. Müssen wir hier nehmen. Speicherpunkt, yeah. Oh, da ist ein... Warte mal, was ist das hier? Schrotflintenmunition, okay. Videorekorder. Er ist alt, aber noch brauchbar. Alter. 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 Wäre doch noch schneller, Alter. Na, noch sind wir, glaube ich, gut dabei. Was ist das? Stahlplatte ist an der Wand geschraubt. Na, wollen wir wetten? Nein? Okay. Das. Nein. Auch nicht. Nichts. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich glaube, hier könnte die Schrotflinte auch ganz hilfreich sein. Good morning. Bitte mal. Ich bin herum. Ich bin die Schotflinte. Im Moment. Ich bin der Dichter. Ich höre dich. Oh, die ist aber schnell gestorben. Okay, die hat anscheinend nicht so viel Proteine. Okay, was ist das? Eine Schieferplatte. Mhm, sonst nichts. Eine Schieferplatte. Amker. Alter. Alter. Wie mache ich das jetzt? Anscheinend nicht mit herkömmlichen Mitteln. Mein Gott. Irgendein Scheißvieh ist ja am rumfliegen. Oh, ich kann es hier benutzen. Oh, im Ernst? Brutmacherplatte. Oh, schnell weg hier. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh. Oh, ich weiß nicht. Wir haben ja vier und ja. Oh. 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 Feuerzeug. Jetzt noch ein paar Kippen und dann... Was? Lydia Findley, Trevor Wyatt. Grim Reaper. Auf-List. Mhm. Mhm. Ähm, hallo? Hmm, sexy. Alter. Da steht noch einer. Pff, Schnauze. Wie viel Munition haben wir eigentlich nur noch? 38, das geht ja noch. Du hast ja irgendein Krebsgeschirr, glaube ich, am Rücken, Bruder. Das ist nicht lecker. Boah. Da ist ein Geräusch hinter der Tür. Das bringt mir aber nichts. Das ist ein Geräusch. Das ist ein Geräusch. Hm, war ja klar. Hallo? Hallo, da ist doch was. Kommt mir das eigentlich nur so vor? Da kann es sein, dass wir echt richtig viel verballern an Munition. Doktor's Office wollen wir auch noch nicht. Geht auch nicht. Oh, eine Platte. Und ein Speicherpunkt. Perfekt. Königinnen. Nein. Einfach nein. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Machen wir im nächsten Part weiter. Bedanke ich mich fürs Zuschauen uns wieder. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Silent Hill. Out da rein. Tschüss. 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 Tschüss.